heute feiert der neue skoda octavia seine weltpremiere und wir haben uns für euch das fahrzeug einmal in ruhe angesehen dafür sind wir in das wunderschöne prag gereist doch heute geht es nicht um die stadt der hundert türme sondern um die highlights vom neuen octavia doch wie schlägt sich der neue skoda octavia an welchen stellschrauben hat man gedreht wir sagen es euch jetzt im vergleich zum eigenen vorgänger ist das fahrzeug minimal länger und breiter geworden das fahrzeug misst nun 4 meter 69 in der länge und verfügt über einen radstand von 2 meter 67 ohne außenspiegel ist das fahrzeug 1 meter 83 bereit ein paar millimeter also auf dem blatt papier die sich aber länger anfühlen auffällig gefällig die neue flach aufliegende dachgeling betont noch einmal die lang gestreckte silhouette und nicht nur automobil designer lieben große räder hier drehen sich ab werk bis zu 19 zoll große rad reifen kombinationen im radkasten bei diesem fahrzeug werden gleich mehrere prämieren gefeiert denn der neue skoda octavia bekommt nun auch optional voll led matrix scheinwerfer die funktion ist schnell und einfach erklärt man kann stets mit fernerlicht fahren ohne den gegenverkehr oder vorausfahrende fahrzeuge zu blenden über die kamera hinter der frontscheibe erkennt das fahrzeug andere verkehrsteilnehmer und blendet diese ganz einfach aus beim neuen octavia wächst in sachen design auch wieder zusammen was zusammen gehört die scheinwerfer stecken wieder in nur einem gehäuse die zweiteilung also das vier augen design ist geschichte alles wirkt hier sehr straff sehr sportlich und harmonisch das nachgeschärfte design sorgt übrigens ganz nebenbei auch für einen besseren cw wert ab markstadt wird es die ausstattungslinien active ambition und style geben und besonders stylisch finden wir die rückleuchten am heck gibt es neue rückleuchten die komplett in led technik hergestellt werden diese verfügt nun auch über dynamische wischblinker auch diese aktuell im trend liegende technische raffinesse ist neu beim skoda octavia und wie bei allen anderen modellen wird das markenlogo am heck nun auch hier durch ein skoda schriftzug ersetzt wer mag kann das logo kostenfrei abbestellen und erhält ein sehr kleines heck design doch vorsicht dass es nicht in allen ländern gestattet so muss zum beispiel in österreich tatsächlich der markenschriftzug drauf bleiben auf der motorhaube ist das markenlogo noch erwünscht doch was kommt unter die haube fast alles was man sich derzeitig vorstellen kann moderne tdi und tsi motoren 48 volt bordnetz also der mild hybrid cng technologie und auch ein plug-in hybrid antrieb mit zwei leistungsstufen für alle verfügbaren und künftigen aggregate gilt sie sind umweltfreundlicher effizienter und sparsamer die leistungsrange liegt zunächst zwischen 81 und 180 kw also zwischen 110 und 245 ps vom kleinen ein liter drei zylinder über den 1,5 liter vier zylinder bis hin zum zwei liter turbo bringen wir es auf den punkt das was für volkswagen der golf 8 ist für skoda der octavia wirft man einen blick in den innenraum vom skoda octavia dann bekommt man zahlreiche erneuerungen präsentiert wir arbeiten uns nun einfach mal langsam vor als erstes fällt natürlich das zwei speichen lenkrad auf dieses erinnert entfernt an vergangene VAG modelle an zitren oder aber auch an luxus modelle mit stern von der vergangenheit ist im innenraum keine spur hier sind die weichen ganz klar in richtung zukunft gestellt neu gestaltet wurden zum beispiel die mittelkonsole die türverkleidung und vor allem natürlich die instrumenten tafel hinter dem lenkrad welches übrigens über rändel rädchen verfügt was wir ausgesprochen loben wollen befindet sich ein gut ablesbares 10 zoll display wem das übrigens zu viel hightech ist der wild einfach die klassischen analogen rundinstrumente mit kleinem info display in der mitte über die rändel rädchen und die tasten kann man insgesamt 14 funktionen steuern unter anderem übrigens auch die lautstärke schade für den tempomaten gibt es immer noch den dritten hebel das armaturenbrett selbst verfügt bei unserem fahrzeug hier über verschiedene ebenen und über ein weiteres 8,5 oder 10 zoll großes display der infotainment touchscreen ist stets freistehend montiert und erinnert somit entfernt an die hochpreisigen kollegen aus ingolstadt vor allem in der 10 zoll variante in der 8,5 zoll großen variante gibt es übrigens immer noch den drehregler für die lautstärke unterhalb des touchscreens wurde ein touch schieberegler integriert hierüber lässt sich zum beispiel beim 10 zoll display die lautstärke einstellen oder aber auch die navi karte vergrößern bzw verkleinern das wirkt alles sehr intuitiv jedoch möchten wir das ausdrücklich auch noch mal während der fahrt ausprobieren das infotainment system spielt selbstverständlich die komplette klaviatur der vernetzungsmöglichkeiten da gibt es ganz und gar nicht zu kritisieren denn auf wunsch funktioniert die vernetzung nun auch ganz ohne kabel in diesem fahrzeug werden wie schon erwähnt gleich mehrere prämieren gefeiert denn neben dem neuen innenraum konzept zieht auch ein head-up display ein die wichtigsten informationen wie zum beispiel navigationshinweise oder aber auch die gefahrene geschwindigkeit wird direkt in das sichtfeld des fahrers projiziert er muss somit den blick nicht mehr absenken und lässt seine augen dort wo sie hingehören auf der straße neu im skoda octavia ist auch die bedienung für das doppelkupplungsgetriebe dahinter steckt die sogenannte shift by wire technologie dabei wird die fahrstufenauswahl des fahrers nicht wie bis dato mechanisch sondern rein elektronisch an das getriebe übertragen statt des bekannten dsg wählhebels befindet sich daher in der mittelkonsole ein neues bedienmodul mit einer kleinen wippe für die auswahl der fahrstufen wer eingriff nehmen möchte in die gangauswahl freut sich über die ausreichend großen schaltwippen hinterm lenkrad die ergo sitze gibt es optional mit sitzheizung und massage so wird der neue skoda octavia doch zur wohlfühloase im stressigen wendlerverkehr in der zweiten sitzreihe gibt es ausreichend platz für zwei weitere ausgewachsene personen und wie bei jedem skoda modell gibt es zahlreiche simply clevere lösung die das automobile leben einfach besser machen apropos simply clever der regenschirm im ablagefach in der tür der eiskratzer hinter dem tankdeckel oder aber auch der integrierte trichter im verschlussdeckel des scheiben waschbehälters sind hier einfach nur mal drei beispiele der neue octavia bietet unzählige von diesen cleveren lösungen werfen wir noch schnell einen blick in den kofferraum dazu muss man wissen dass bereits der vorgänger den größten kofferraum der fahrzeugklasse hatte nun wird noch einmal nachgelegt der kombi verfügt über ein ladevolumen von 640 liter bei der limousine sind es 600 liter die zur verfügung stehen 30 liter mehr beim kombi der sich beim skoda übrigens immer noch mit c schreibt unter der gepäckraum abdeckung gibt es eine multifunktionstasche die für weiteren stauraum sorgt der kofferraum reicht nicht aus der octavia empfiehlt sich auch als zugmaschine die auf wunsch bestellbare anhängerkupplung lässt sich nun per tastendruck entriegeln kurzum der octavia bietet ausreichend platz für kind und kegel in der nun vierten generation vom octavia ziehen auch viele innovative assistenzsysteme ein so gibt es zum beispiel einen ausweich assistenten sowie einen ausstiegswarner wie sich das fahrzeug fahren lässt wie die systeme funktionieren und wie intuitiv sich das fahrzeug bedienen lässt schauen wir uns hoffentlich bald im fahrversuch an und werden dann natürlich darüber berichten der kombi wird im zweiten quartal 2020 auf den markt kommen die limousine wird folgen wir sind uns aber bereits jetzt sicher dass die vierte generation vom skoda octavia ebenfalls ein erfolgsmodell wird und die erfolgreiche geschichte von skoda weiter schreiben wird die wichtigste frage beantworten wir jetzt zum schluss natürlich wird es auch eine rs version vom skoda octavia geben die robustere scout version zieht nach los geht es in der zweiten hälfte 2020 und dann wird es noch mal so richtig emotional